Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist für mich eine große Freude, nun den neuen Weihbischof Ihnen vorstellen zu können. Es hat nur noch neun Monate gedauert, seit dem Vorschlag, bis auch der Weihbischof dann an Antworten ist. Es ist ein bisschen länger gegangen durch die Sedis-Vakanz und durch den neuen Papst, sodass manche Dinge in Rom anders getan werden mussten. Ich bin dem Heiligen Vater dankbar, dass er den Regens des Priesterseminars Dr. Michael Gerber zum neuen Weihbischof ernannt hat. Herr Dr. Gerber ist zusammen mit dem neuen Weihbischof in Augsburg, gehört an den jüngsten Bischöfen der Deutschen Bischofskonferenz mit 43 Jahren. Aber zu jung zu sein, sagte mir mal erst Herr Hermann Schäufel, wenn das ein Fehler ist, ist es der einzige, der von allein vergeht. Das ist, glaube ich, nicht die Frage, sondern eher die Frage des jugendlichen Schwungs. Und Herr Dr. Gerber, der nun in diesem Haus zwölf Jahre intensiv gearbeitet und gelebt hat, bringt viele Erfahrungen für die Aufgabe mit. Er war dann, hat hier in Freiburg oder auch in Rom studiert. Er war dann Kaplan in der größten Dorfpfarrei unserer Erziozese, nämlich in Malsch. Und die Mälscher erinnern sich noch sehr gut an ihn. Frau Kassner ist im Hintergrund und weiß auch darum, denn es ist dann auch ein Zeichen und die Seelsorgserfahrung. Dann wurde er nach Freiburg gerufen, zunächst in die Hochschulpastoral. Und dann eben zwölf Jahre jetzt hier, durch die Verantwortung in verschiedenen Aufgaben hier im Kollegen Borumäum. Sowohl jetzt in der Frage der Studienbegleitung, der Studieneinführung, wie auch der pastoralen Ausbildung und zum Schluss als Regens. Ich bin froh, einen Mann zu haben, der intensiv daran interessiert ist, an der Berufungspastoral. Denn das ist eine wichtige Aufgabe für uns. Und wir verstehen der Berufungspastoral natürlich andererseits die Sorge für Priester und gute und mehr Priester. Wir sehen aber auch darin die Sorge für die anderen pastoralen Dienste, ob das nun die Pastoralreferenten, Gemeindereferenten sind, die Diakone. Und er hat und bringt reiche Erfahrung mit in der Zusammenarbeit dieser verschiedenen pastoralen Dienste. Zugleich hat er sich seiner Doktorarbeit auch intensiv mit der Frage der geistigen Berufung befasst. Und ich habe festgestellt, er ist in Rom kein Unbekannter. Herr Ebel hat es schon genannt, durch den Besuch des Heiligen Vaters ist er bei vielen guter Erinnerung. Der Papst sagte mir damals, also sehr gerne in diesem Haus, was sich sehr wohl gefühlt hat und hat auch die Gastfreundschaft des Regens und die Freundlichkeit sehr gelobt. Das war nicht nur der Papst selber, sondern auch die anderen, die hier im Haus untergebracht waren. Das ist für mich auch ein schönes Zeichen. Er hat auch den großen Vorteil natürlich jetzt nicht nur Deutsch zu sprechen, sondern durch das Studium in Rom auch mit dem Italienischen gut bewandert zu sein. Wir haben uns entschieden, dass die Bischofsweihe jetzt nicht mehr im Laufe dieses Semesters ist, denn es ist vieles andere noch zu tun. Sondern wir werden dann die Weihe am 8. September, das ist ein Sonntag, dann am 14.30 Uhr im Freiburger Münster vornehmen und bis dort hin auch all die anderen Dinge auch nochmal regeln. Ich habe auch vorhin bei den Studenten gesagt, Herr Dr. Gerber, wir zu lange Regens in diesem Haus bleiben, bis wir die Nachfolgefrage auch geklärt und gelöst haben. Denn Sie werden verstehen, dass wir nicht schon alle Dinge schon im Voraus genau planen konnten. Es ist dann auch schön für mich jetzt als Erzbischof, der diesem Jahr ja noch das 75. Lebensjahr feiert, dann einen jungen Weihbischof zu haben, der dann auch das jugendliche Alter, denke ich, noch besser ansprechen kann. Auch ich und damit auch manche Neuaspekte auch mit in die Führung, in die Verantwortung unserer Erzdiözese anbringt. Es war schön, auf die Weise zu erfahren, dass sie aus den drei Vorschlägen, die ich in Rom gemacht hatte, bei Dr. Gerber ausgewählt wurde. Und das ist für mich auch ein Zeichen. Einerseits, er hat mein volles Vertrauen, hat damit auch das Vertrauen, hat auch das Vertrauen des Heiligen Vaters, das habe ich gespürt. Auch wenn er nicht über Papst Franziskus ihn noch nicht persönlich kennenlernen konnte. Und insofern ist er auch in unserer Bischofskonferenz für mich dann ein wertvolles neues Mitglied. Denn als Vorsitzender der Bischofskonferenz denkt man natürlich auch an die Arbeit, die dort ansteht. Und Weihbischof Wehle hat nun viel in der Deutschen Bischofskonferenz mitgearbeitet, sodass auch da manches dann von da aus wieder ergänzend, auch als Hilfe für mich dazu kommen wird. Wir haben im Ordnerjahr noch nicht entschieden, welches Ressort einem Haus übernehmen wird, weil wir das einfach in Ruhe auch mit durchdenken wollten und durchdenken konnten im ganzen Konzept, sodass Sie da noch ein bisschen warten müssen, bis wir auch diese Meldungen weitergeben können. Ich glaube, so viel darf ich an meiner Seite sagen. Die Details seines Lebenslaufes haben Sie ja nun schriftlich auch vor sich, wenn Sie dann berichten wollen. Aber ich spüre, Sie merken, es geht mit neuem Schwung auch weiter in der Erzsitzese. Und Herr Dr. Gerber war auch der, der bei unserem ganzen Dialogprozess in der Ziele auch intensiv mitgearbeitet hat, der Mitglied des Priesterrates ist und dort auch im Personalausschuss, auch die Personalplanung, vor allem mit Blick auf den Einsatz der Fikare gut mitbetreut hat und der bei der Zieleversammlung natürlich auch aktiv mit dabei war, sodass das auch für Kontinuität in unserer Erzsitzese spricht.